Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich Fussel von Klamotten, deiner Couch oder auch deinem Teppich richtig entfernen kannst, wenn du mit so einer Fusselrolle hier nicht wirklich weiterkommst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeig dir jetzt mal zwei sehr effektive Varianten anhand von diesem Schal von meiner Freundin, wo wirklich schon so richtig kleine Knödelchen auch drauf sind. Variante Nummer 1 geht mit einem normalen Rasierer. Das kann entweder wie hier jetzt ein Einwegrasierer, also ein nasser Rasierer sein, oder was noch einmal effizienter ist, ist so ein Elektrorasierer hier. Hierfür das entsprechende Kleidungsstück jetzt erst einmal schön ausgebreitet hinlegen, dass es wirklich flach dort liegt, keine Falten da sind. Und wir können die Fussel jetzt hier so abrasieren, als wäre das einfach hart auf unserer Haut. Deswegen Rasierer einmal anschalten und jetzt halt einfach Linie für Linie hier komplett über den Stoff drüber gehen. Hier muss man sich einfach etwas Zeit nehmen, doch es sentiert sich auf jeden Fall. Das selbe können wir mit dem normalen Rasierer jetzt natürlich genauso machen. Nach nur wenigen Durchgängen konnte ich hier auf jeden Fall schon relativ viel runter nehmen und das müsste ich halt jetzt über die ganze Fläche noch machen. Variante Nummer 2 ist nochmal einiges effektiver, denn hier bei diesem Gerät handelt es sich um einen sogenannten Fusselrasierer. Dieser hat hier vorne drehende Rasierklingen drin und hier noch einen speziellen Auffangbehälter, wo die Fussel danach auch alle reingehen. Je nach Stoff, den man entfusseln möchte, kann man noch entweder ohne Abstandshalter oder mit diesem speziellen Abstandshalter hier arbeiten. Bei mir geht es jetzt auf jeden Fall auch ohne. Hierfür hier aus einfach mal anschalten und dann auch wieder über meinen Schal die ganze Zeit hin und her gehen. Das sollte jetzt auch schon reichen. Ich mache hier außen mal den Rasierer wieder aus, dann einmal den Auffangbehälter einfach nach unten ziehen und wir können uns einmal das Ergebnis anschauen. Ich würde sagen, dieses schaut auf jeden Fall vielversprechend aus, nur dafür, dass ich hier wirklich dieses kleine viereckige Stück einmal entfusselt habe. Und somit haben wir auch schon dieses Problem gelöst, dass wir unseren Stoff hier richtig entfusseln möchten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen normalen Einwegrasierer, Elektrorasierer oder auch einen speziellen Fusselrasierer zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellung, sehr relativ günstigen Preis und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eines für diesen Untersiedel hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.